Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute sprechen wir über Uriah Hall vs. Anderson Silva, also auch dem Rücktritt von Anderson Silva. Wir sprechen über die nächste UFC Fight Night, Glover Teixeira vs. Thiago Santos und über die ein oder andere spannende Aussage von UFC Boss Dana White auf der Post-Fight-Pressekonferenz von Uriah Hall vs. Anderson Silva. Dann starten wir auch gleich mal mit der Fight Night heute Nacht. Wir hatten eine relativ solide Fight Night. Wir hatten im Co-Main-Event einen sehr, sehr starken Bryce Mitchell gegen Andre Philly. Starkes Ground-Game von Bryce Mitchell, was ein bisschen überraschend war. Eigentlich hätte ich doch eher damit gerechnet, dass er mehr Probleme auf dem Boden bekommt, aber er hat diesen Kampf auf dem Boden kontrolliert. Und Greg Hardy, der beinahe übrigens der erste Schwergewichtler geworden wäre, der das Gewicht im Schwergewicht nicht schafft, Ja, das ist möglich, hat sein Gegner Maurice Green in der zweiten Runde ausgenockt. So, und dann kommen wir zum Main-Event. Anderson Silva vs. Uriah Hall. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld schon gedacht, dass Uriah Hall diesen Fight gewinnen wird. Ich meine, klar, Anderson Silva ist schon ein bisschen älter, ist natürlich eine Legende, einer der greatest of all time. Schaut euch mal an, wie er das Mittelgewicht geprägt hat. Schaut euch aber auch die Zeit vor diesem ersten Chris-Whiteman-Fight an. Und natürlich auch die Zeit nach diesem ersten Chris-Whiteman-Fight. Weil ich denke, dieser Kampf hat so einiges in der UFC geändert. Uriah Hall hätte eigentlich gegen Joel Romero kämpfen sollen vor ein paar Monaten. Dann gab es da eine Verletzung und dann gab es doch nicht diesen Fight zwischen Hall und Romero. Und deshalb sehen wir jetzt Anderson Silva gegen Uriah Hall. Ja, Anderson Silva ist gar nicht mal so übel in den Kampf gestartet. Er hat sich wohl gefühlt. Das hat mir sehr gut gefallen. Anderson Silva, der hat irgendwann einfach seinen Flow gefunden. Er hat einfach sehr gut in diesem Kampf gefunden. Auch wenn es in der ersten Runde noch ein sehr starkes Abtasten war. In meinen Augen hat er aber die erste Runde gewonnen. Die zweite war dann ein bisschen enger. Und das Problem ist, gegen Ende der dritten Runde hin haben wir dann gewusst, okay, Anderson Silva wurde gedroppt. Die Uhr hat ihn im Endeffekt gerettet. Saved by the Bell. Ansonsten hätte Uriah Hall ihn gefinished. Und ab diesem Zeitpunkt war klar, okay, Anderson Silva wird in der dritten Runde gedroppt. Die Uhr rettet ihn in der vierten Runde. War es das, in der vierten Runde wird dieser Kampf enden. Und so war es dann leider auch. Danach gab es nun mal auch sehr emotionale Szenen. Uriah Hall hat sich bedankt, hat sich auch entschuldigt bei Anderson Silva. Aber Anderson Silvers Familie war da. Anderson Silvers Familie war auch im UFC Apex in Las Vegas. Und allgemein waren das sehr, sehr emotionale Szenen. Anderson Silva ist eine Legende in diesem Sport, der nicht nur so viele Kämpfer geprägt hat, sondern auch so viele Fans, so viele Events, so viele Sportler einfach geprägt hat. Wahnsinn. Wahnsinn auch, dass wir ihn live sehen durften. Irgendwann spricht man über The Spider Anderson Silva. Und wir alle können sagen, wir haben seinen Abschiedskampf live im Fernsehen gesehen. Dann springen wir zur Post-Fight-Pressekonferenz, denn da gab es zwei sehr, sehr spannende Aussagen. Und zwar sagte UFC Boss einmal, Conor McGregor vs. Dustin Poirier ist unterschrieben. Dieser Kampf steht und Israel Adesanya bekommt als nächstes einen Titelkampf im Halbschwergewicht gegen den Champion Jan Blachowitsch. Und das ist doch mal eine Überraschung. Das heißt, man möchte hier Israel Adesanya die Chance geben, der neue Champ-Champ in der UFC zu werden. Wahnsinnig guter Fight. Ich will jetzt nicht über eine Prognose sprechen, weil wir erst in einem halben Jahr oder sowas diesen Kampf sehen werden. Aber ich sage euch eins, Adesanya ist ein unfassbar technischer Striker und er kann auf jeden Fall Jan Blachowitsch sehr, sehr starke Probleme bereiten. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie gut findet Adesanya in das Light Heavyweight? Er braucht dafür auch ein bisschen Zeit, denn logisch, Adesanya will da auch nicht mager in diesen Kampf gehen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das ein richtig, richtig spannendes Ding wird. Ich kann mir vorstellen aber, dass wir keinen Double Champion sehen werden nach diesem Fight, sondern alles so bleibt, wie es ist. Aber dazu kommen wir in ein paar Monaten, wenn wir überhaupt bei diesem Kampf sind. Wenn wir schon beim Light Heavyweight sind, dann sprechen wir doch auch gleich mal über die nächste UFC Fight Night im Main Event. Da haben wir endlich Thiago Santos vs. Glover Teixeira. Und Leute, ich sage es euch, dieser Kampf ist unfassbar spannend. Eigentlich war ich mir sicher, okay, das ist der Fight, der bestimmt, wer als nächstes gegen den Champion Blachowitsch ran darf. Im Endeffekt ist es nun Adesanya, wie wir erfahren haben, aber der Sieger aus Thiago Santos vs. Glover Teixeira darf gegen den Sieger aus Adesanya vs. Blachowitsch ran. Da gibt es in meinen Augen keinen Zweifel. Thiago Santos hat einen unfassbar knappen Kampf gegen John Jones, eine Split Decision. Ein Judge hat offiziell Thiago Santos diesen Kampf gegeben. Glover Teixeira hat auch überrascht. Man hat immer mit so einem Augenzwinkern gesagt, ja komm, der ist schon ein bisschen älter und so weiter. Aber Glover Teixeira hat Anthony Smith im Kampf wortwörtlich die Zähne rausgeprügelt. Sagt schon genug. Unterschätzt mir Glover Teixeira nicht. Thiago Santos ist aber auch ein wirklich super Fighter. Endlich ist er zurück. Und das große Fragezeichen ist natürlich, wie gut hat er sich denn von seinen Verletzungen erholt? Denn er hat sich im Fight gegen John Jones so einige Verletzungen zugezogen. Sehr viele Risse, Meniskus und haste nicht gesehen. Er hat eine lange Auszeit gebraucht. Jetzt ist er wieder da. Wie gut hat er sich erholt? Ich hoffe mal, dass er sich sehr gut erholt hat. Dann haben wir im Co-Main-Event. Tanner Bosa vs. Andrei Arlovski. Wunderschön, ein Andrei Arlovski im Co-Main zu sehen. Ich meine, wir hatten es letztens über die Legenden in diesem Sport. Und ich sage es euch, Andrei Arlovski ist ebenfalls eine Legende. Ehemaliger Champion und zwar ein starker Kämpfer gewesen. Ist es immer noch, gar keine Frage. Aber auch er ist schon ein bisschen älter. Hat noch viele Kämpfe. Ist aber gar nicht mal so schlecht in seinen Kämpfen. Also, man kann mir ja viel erzählen. Aber Andrei Arlovski performt noch relativ solide für sein Alter. So, wen haben wir ebenfalls Spannendes auf der Fightcard? Khalitaha. Den Kämpfer aus Deutschland werden sicherlich einige von euch kennen. Er trifft auf Raoni Barcelos. Das ist ein Ersatzgegner, da sein eigentlicher Gegner ausgefallen ist. Und ich denke, auf diese Fights dürfen wir uns doch freuen. Andrei Arlovski vs. Tanner Bosa. Thiago Santos vs. Glover Teixeira. Und Raoni Barcelos vs. Khalid Taha. Und dann war es das schon mit dieser Episode, würde ich sagen. Die UFC, seht ihr auf The Zone. Link für den Gratismonat gibt es wie immer bei WeLoveMMA. in der Instagram-Story. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen oder Mittag oder Abend. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.